Sie sind hier, 26. September 2018, 0 Uhr 8, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. FCK-Spieler Jan Löhmannsröben erhält für seine Wutrede eine Geldstrafe vom DFB-Urheberrecht MPX Images. Das Vöbelinterview von laut M's Jan Löhmannsröben wurde vom DFB als unsportliches Verhalten gewertet. Jetzt erwartet den Lautern-Kicker eine Geldstrafe. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB hat Jan Löhmannsröben vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe belegt. Der 27-Jährige hatte sich in einem Interview nach dem Ligaspiel beim FSV CK 1 zu 1 am 2. September über den Schiedsrichter beschwert und muss dafür 1200 Euro Geldbuße zahlen. Der Mittelfeldspieler stimmte dem Urteil zu, dass damit rechtskräftig ist, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat. Ich hoffe, er kann eine Woche nicht pennen, sagte Löhmannsröben, soll er erstmal Kreisliga pfeifen und die Augen aufmachen. Das ist eine absolute Frechheit, FCK-Fans schicken Cornflakes an DFB für noch mehr Aufsehen und eine humorvolle Protestaktion der Fans des FCK hatte allerdings eine andere Aussage von Löhmannsröben geführt. Wenn das ein Schiri ist, weiß Ich knickt, digge, dann soll der Cornflakes allen gen, daraufhin starten, die einhänger, der Rodenteufel, die Aktion. Von Sportinformationsdienst